Im Frühjahr haben wir wieder ein Bartgeierküken von Haringsee von der Greifvogelstation bekommen, dass wir unseren erfahrenen Zuchtbärchen von Bartgeiern hineingegeben haben und sie haben es brav gefüttert und auch gehudert. Es ist ein sehr großer Erfolg, so dass wir es wieder aussiedeln können. Im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes wurde unser Bartgeierküken wieder angesiedelt. Er wurde bei uns beprobt. Wir schicken ihn auf die Reise nach Spanien, wo er dort wieder ausgewildert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017